Guten Tag, Mahlzeit und hallo, hier ist der Silencer und ihr seht, heute mal mit etwas anderer Facecam als sonst. Ich habe mich gruselig beleuchtet. Wir werden jetzt heute wieder Slender The Arrival spielen. Ich gehe mal auf Stage Selection, weil ich habe mir auch ein paar Tests zu dem Spiel durchgelesen und es ist so, dass da doch noch einiges auf einen wartet, als jetzt einfach nur da rumzurennen und die Seiten einzusammeln. Wir versuchen jetzt mal, acht Seiten zu bekommen. Ich versuche mich mal nicht so zu erschrecken. Ich will stark sein. Ich klicke mal auf The Eight Pages. Ja, so ein bisschen kenne ich ja jetzt schon die Karte, aber ich habe gelesen, dass die Seiten sich immer unterschiedlich spawnen. Ich habe jetzt auch, also ein paar Leute haben mich gefragt, Silencer macht doch hier Hardcore-Modus oder so. Habe ich jetzt natürlich nicht eingestellt. Im Hardcore-Modus soll es so sein, dass die Lampe und die Taschenlampe natürlich dann ihre Batterie verliert. Ähm... Ich persönlich gehe jetzt nicht davon aus, dass da Slender hier irgendwo steht. Guck mal, ich kann mich sogar ducken. Durch die Tür durch. Es scheint wohl... Ah, ne, ich gehe mal hier unten lang. Bei der anderen Folge bin ich, glaube ich, da hochgegangen. Was ist denn da hinten? Ihr seht, ich bin jetzt mal ein bisschen ruhiger als sonst. Ich möchte das gerne mal als kleine Abwechslung mal gestalten. Ist nicht so viel Laber. Oh! Hier war ich noch nicht. Was ist denn das? Hier wieder irgendwie so ein Holzumschlagplatz oder irgendwas mit Logistik. Ist natürlich auch eine gute Stelle, um irgendwelche Seiten zu verkloppen. Ja, und da ist natürlich der und direkt eine. In der letzten Folge habe ich ja es geschafft, vier Seiten zu finden. Ich glaube, Gemali hatte mir damals den Tipp gegeben. Am Auto war, glaube ich, eine Seite. Ich wusste gar nicht, dass man da... Ja, da ist am Auto auch eine Seite. Ich werde jetzt auch mal versuchen, mal nicht so nach hinten zu gucken. Das habe ich bei den letzten Folgen ja immer gemacht. Und ich wollte doch eigentlich stark sein, aber mir geht jetzt gerade schon wieder die... Die Flitz... Die Flitzhupe. Ah! Also, wir haben zwei Seiten. Zwei Seiten, zwei Seiten, zwei Seiten, zwei Seiten, zwei Seiten. Oh Gott, nein. Wisst ihr, was da noch passiert ist? Oh, oh. Oh, oh. Ah, habt ihr gemerkt? Da hat es ge... Da war doch eine Toilette. Okay, auf jeden Fall war der Slender gerade schon da. Ich drehe mich nicht um. Ich drehe mich nicht um. Wenn er hinter mir stehen will... Scheiße, ich habe gerade wieder voll die Gänsehaut. Alter, 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 alter Vorwalter. Ich will diese blöden acht Seiten kriegen. Es soll ja auch noch eine andere Gestalt geben. Hier, so. Ich will das jetzt nicht spoilern. Ich habe das nur gehört. Steht. Oh Gott, ich habe sowas von Gänsehaut gerade. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich will ja nicht nur einfach hier rumrennen, sondern ich will wirklich die Seiten finden. Wir haben jetzt 3 Seiten, 3 Seiten, 3 Seiten, 3 Seiten, 3 Seiten, 3 Seiten Komm, soll ich mal zur Seite gucken? Bitte Oh Gott, er steht auf jeden Fall hinter mir Soll ich mich mal hinter... Da ist er, 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 da ist er Na, 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 na Seiten, Seiten, Seiten Seitenweise, ich hole Seitenweise,weise, Seiten Hau ab Er steht da einfach Wie gesagt Wer hat ihm diesen Anzug kreiert? Boah, wenn ich aufgeregt bin, dann labere ich so viel Ich wollte nicht so viel labern Oh nein, hier ist das Zelt Hier war ich schon, hier war ich schon Okay, weiter, 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 weiter Okay, Christian, ganz ruhig Es ist nur ein Spiel Und er tut mir nichts, in Wirklichkeit Und ich will doch nur diese Seite haben Seite da, da war ich schon Da habe ich die Seiten Okay, dann gehen wir mal rechts lang Okay Das Blöde hier an diesem Slender ist, dass Naja, da ist er schon wieder Ich guck gar nicht Nee, ich guck nicht Was willst du von mir? Wenn du was willst von mir, dann stell dich vor mich Und stell dich einer vernünftigen Diskussion Warum du hinter mir her bist Okay, wir gehen mal hier rechts lang Da vorne ist aber jetzt Ich werde Ja, 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 ja Oh nein, nicht schon wieder Oakside Park Junge, ich will nicht mal zum Oakside Park Da oben war ich doch auch schon, oder? Nee, da ist die Toilette Die Toilette beinhaltet glaube ich auch immer eine Seite Es flimmert, es flimmert, es flimmert, es flimmert 4 von 8 Aber ich hatte beim letzten Mal 5 Also noch habe ich meinen Rekord noch nicht geknackt Ich werde ein bisschen laufen Ich muss das ja ganz auch mal beschleunigen Ah, hier Hier wird auch eine Da So 5 Okay Ah, ich war doch beim letzten Mal bei diesem Feld Äh, diesem Mondfeld oder so Da war doch oben auch so eine Ich glaube, da komme ich jetzt sogar hin, oder? Da vorne Doch Doch, da vorne ist das Schild Das glaube ich auch noch nicht, Alter Ey, hau doch ab Was willst du denn von mir? Verpiss dich Oh, Entschuldigung Ich will nicht mal hier Ausfallen werden Der Slender möchte doch auch nur seine Kinder mit Schild Hör mal, Kollege Ich will nicht hier mal zum Oakside Park Links Finde ich schön So, an dem Schild war jetzt glaube ich Keine, äh, keine Seite Ich konnte ja das nichtmals Oh, Slendermann Nein, okay Da oben ist glaube ich noch eine Seite Aber ich glaube, da oben kann ich nicht weiter Alter, jetzt habe ich mir echt schon wieder ein bisschen in die Buchse gehauen Oh, da, da ist eine Seite Das ist doofes So Sechs von acht, Jungs Habt ihr das gesehen? Ja, 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 ja In den letzten Folgen war es halt immer so Dass ich hier zum Beispiel auch gestorben bin Hier ist ein Weg Aber ich glaube, der führt zu nichts Auf jeden Fall Dass er halt so hinter einem her ist Finde ich okay, finde ich cool Er wird auch da Rechts, 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 rechts Hab den gesehen, hab den gesehen Alter, hör doch auf da Und jetzt, und genau das meine ich Es ist zwar gruselig, es ist wirklich gruselig Und ich hab grad mega die Gänsehaut Aber ich versuche stark zu bleiben Ich versuche nicht rumzuschreien wie ein Mädchen Ah, geh weg Ja, dieses Spiel ist halt schon Darauf gemacht Dass man Wirklich die Seiten sucht, aber ich hab Könntet ihr mir Vielleicht beim nächsten Mal so sagen Wo ihr vielleicht entweder eine Seite entdeckt habt Oder wo ihr Wenn ihr das Spiel habt Wo ihr dann noch die Seiten gesehen habt Boah Ich hab jetzt ehrlich keine Ahnung Wo ich hinlaufe Ich geh mal hier oben auf den Berg Weil ich da hinkomme Hör mal Wer zäunt denn sowas hier ein? Bitte Okay Ja, ich glaub an dem war ich schon Da steht er Ja Hör mal Ey, er ist der Stalker vom Dienst Ohne Kack Ja, da war ich auch schon Oder? Ja Das ist dieses kaputte Auto Ähm Da ist doch eine Seite Aber die war doch voll noch nicht da, oder? Okay Sieben vor Nacht Sieben vor Nacht Sieben vor Nacht Slender wird jetzt gerade mega böse Er wird mich einfach hassen Weil ich einfach seine Seiten finde Egal Er hat es verdient Nein, hau ab Ach, da links Ich wollte nach links Warum? Weißt du, er hat schon Diesen Diesen Fable Ach Er hat schon diesen Fable Dass er Dass er immer da steht Wo ich hin will Komm Weiter, weiter, weiter Weiter Alter Alter Ey, hau doch ab Also Wie gesagt Es soll ja so ein zweites Vieh geben Hau doch ab Ich will jetzt mal Also wo ich jetzt noch nicht war War dieser Oakside Park Hier habe ich ja schon Dieser Oakside Park Innen drin Da habe ich noch keine Seiten gesucht Und das wird natürlich jetzt mega geil Weil Wenn er mir jetzt eh voll aufgeschlichen ist Hau ab Oh Aber es ist schon gut gemacht, oder? Leute Ach, hier ist schon wieder das Schild Wo ist denn Oakside Park? Boah Das Glender wird so Er wird einfach so Gerade so Wütend sein, ne? Also ich habe diese Seiten so Mit so Einer Sorgfalt Mit einer Strichlinientechnik gemalt Hau ab Da war er wieder Geh weg Und was machst du? Du sammelst sie einfach ein Ich habe mit einem Komplizierten Algorithmus Den Verteilungsmechanismus Dieser Seiten einfach Berechnet Jetzt nervt er mich, aber Also der Trick ist wirklich Sich nicht umzudrehen Und in seine Arme reinzulaufen Aber man muss wirklich schon Richtig mega in seine Arme reinlaufen Also ich suche jetzt gerade Dieses Oakside Park Das war ich vorhin ungefähr Dreimal Und jetzt Da ist es doch Da ist es doch Da ist es doch Und Da war ich halt Vorhin nur einmal drin Und ich hatte irgendwie Den Eindruck Als wenn die Seiten Noch ein bisschen Spawnen würden Aber jetzt Da Da ist sie Acht von acht Was passiert jetzt? Wo sind sie jetzt hin? Oh oh Ich kann nichts machen Oh Gott Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich mach nichts Ich bin ja mit den Händen Dem ich nicht an der Tastatur Ich kann auch Ich kann nur ein ganz kleines bisschen Hier Ich kann nur ein bisschen steuern Oh Gott 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 Loading Aber geil Silence hat es geschafft Innerhalb von 13 Minuten Ja das würde ich jetzt eigentlich auch Zum Anlass nehmen Diese Folge zu wenden Dankeschön fürs Zuschauen Kommt bei Facebook vorbei Edit mich da Da könnte mich Da könnte mich gerne Oh Gott Ich hab irgendwas gehört Na egal Da könnte mich gerne Ich mach mal auf Escape Da könnt ihr mich gerne adden Und mir Fragen stellen Liked doch hier das Video Und wenn euch das gefallen hat Abonniert mich Ich werde jetzt etwas mehr Horror machen Weil ich sehr gute Kritiken dazu bekomme Dass ich das gut mache Und ja Heute acht Seiten gefunden Geil Jawel Tschüss 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 Bhutan Tschüss Tschüss Thbes